Ja, die soziale Gemeindentwicklung habe ich schon kurz vorgestellt. Es gibt eine Homepage, das steht jetzt klar im Chat, die Adresse, wo man auch die weiteren Veranstaltungen sehen kann, unsere Unterstützungsmaßnahmen für Gemeinden, also lokale Konfliktmoderation und eine Mediaktion, die das gewünscht ist mit den einzelnen Nutzarbeit. Das wird die Folge sein von dieser Veranstaltungsreihe. Und im Moment, wir haben das Hinweis eigentlich eben nur, dass man so wenig sind und ich glaube, jedem zumuten kann, dass er sich selber freischaltet, wenn er Fragen hat. Also ich glaube nicht, dass man im Chat arbeiten müssen, außer ist. Will jemand, aber sonst würde ich sagen, einfach unterbrechen, das geht auch oder handgeben zuerst, das ist nun keiner. Genau, dann möchte ich noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung, das ist dann die Verstärkung Kinder, das ist die Lekalas von der Altenverenzjugend. Aber heute haben wir den Fokus Naturschutz, Natur erleben können und ich möchte gerne mal aufhalten mit unseren Ankündigungen. Das kann man in den Chat dann auch lesen und mit gleich übergeben und unsere Referenten oder Gesprächspartner, die heute extra gekommen sind, und wenn ich anfange darf, ganz herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Peter Capillari, ich bin vom Österreichischen Altenverein, vom Hauptverein in Innsbruck. Ich bin da Mitglied in der Geschäftsleitung und Leiter der Abteilung Hüttenwege und Kartografie, aber auch schon in einer sehr langen Tradition mit den Themen Besucherlenkung, Konfliktregelung, auch Mediation beschäftigt. Ich habe vor 22 Jahren beim Altenverein angefangen, damals mit dem Auftrag der fortschreitenden Einschränkung der freien Betretbarkeit des Waldes und der Bergnatur Strategien entgegenzuentwickeln. Also das Thema ist nicht ganz neu und man muss auch sagen, das ganze Thema mit der Wegefreiheit, also im Sinne des Rechts, der freien Routenwahl, ist ja schon etwas, was uns wirklich, oder was die Gesellschaft schon sehr, sehr lange beschäftigt. Wenn man schaut, die Gesetze über die Wegefreiheit in Berlin, die nach dem Ende der Monarchie entstanden sind, alle Anfang der 20er Jahre, sind genau aus dem Grund entstanden, weil es damals schon Leute gegeben hat, die probiert haben, dieses Allermannsrecht einzuschränken, Wege abzusperren, wie auch immer. Später dann, 1975, ist das Forstgesetz entstanden, das neue, und das war ja ein Irrerkampf, denn damals die Regierung Kreiskrieg geführt hat, dass dieser Paragraph 33 in das Forstgesetz aufgenommen wird, dass dieses für viele so selbstverständliche Recht, den Wald zu Erholungszwecken betreten zu dürfen, auch wirklich im Gesetz dann drinsteht. Und das ist eigentlich sehr fortschrittlich, wie immer, gelöst worden damals. Es hat da gewisse soziale Deals gegeben mit den Eintrittsrecht in die Sozialversicherungen, die bäuerliche für die Waldbesitzer und 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 und. Und in Summe, glaube ich, hat es sich recht gut bewertet. Der Alpenverein ist sowieso in einer sehr interessanten Position, nicht mehr probieren, einen Spagat zustande zu bringen. Der Alpenverein ist eine Naturschutzorganisation und bekennt sich zur Erhaltung, statt satzungsgemäß zur Erhaltung der Schönheit und der Natürlichkeit der Bergwelt. Umgekehrt ist auch eine Bergsportorganisation, muss also Naturnutz und Naturschutz unter eine Decke bringen, unter einen Hut bringen. Und ich bin davon überzeugt, es geht auch. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man durch intelligente Besucherlenkung, durch Aufklärung sehr viel erreichen kann und dass eigentlich man wirklich nicht aus dem Auge verlieren darf, dass dieses Recht, die Natur zu betreten, das Recht sich in der Natur zu erholen, exorbitant wichtig ist. Also man stelle sich nur vor, was wäre das für ein Leben für uns, für unsere Kinder, wenn man unter Strafantragung gestellt wird, weil man einen Wanderweg verlässt, um sich da hinzusetzen und zu jasnen, wenn man unter Strafantragung gestellt wird, wenn man irgendwo bei einer Skitour eine eigene Spur runterzieht, was natürlich nicht heißt, dass man die Freizeitnutzung ohne Rücksicht auf die Natur, vor allem auch auf die Wildtiere, aber auch auf andere Interessengruppen aussieht. Und ich glaube, mein großes Credo, meine Überzeugung ist, 99,1 Prozent der Leute gehen aus in die Natur, um sich zu erholen, um sie zu genießen, mit den wilden, naturverträglich und konfliktfrei auf der Welt zu sein. Es gibt sicher nur ein paar ganz wenige Spinner, die was anderes wollen und ich glaube, die sollten uns die Suche nicht versalzen. Ja, mein Name ist Winfried Werb vom Österreichischen Naturschutzbund oder Naturschutzbund Salzburg. Wir sind eine Naturschutzorganisation, die sich also nicht um Wanderwegen, Infrastrukturen, ähnliches kümmert, aber deren sehr großes Anliegen ist, die Menschen zur Natur hinzuführen, sie etwas erleben zu lassen und auf die Qualität der Landschaft und der Umgebung zu schauen. Wir haben gemerkt, so wie alle anderen auch, dass gerade jetzt diese Corona-Zeit den Blick wirklich auf die Nähe und auf die Qualität der Nähe gelegt hat. Das heißt, es musste etwas da sein, wo sich die Leute ergehen konnten. Und wie segensreich es ist, wenn diese Möglichkeiten vorhanden sind. Und ich möchte da ein kleines Beispiel benennen. Das ist in der Stadt Salzburg der Gleisberg. Der Gleisberg ist schon seit Jahrzehnten, wir haben so Ende der 80er Jahre eine große Untersuchung gemacht über die Qualität des Gleisbergs als Erholungsraum und über Benutzung als Erholungsraum. Und da hat die Stadtpolitik eigentlich sehr viel Geld investiert, um ein Wegeinfrastruktur, um Wegeinfrastruktur etc. zu schaffen. Und das ist leider Gottes eine Ausnahme. Die Begehbarkeit der Landschaft ist kein politisches Ziel. Ich meine jetzt nicht, man muss überall und zu jeder Zeit durchgehen können, aber dass man sich überlegt, systematisch eine Möglichkeit des Zugangs zu schaffen, für Spaziergänger, für Wanderer, die nicht in der Falllinie hinaufgehen wollen auf den Berg, zu schaffen. Das finden wir nicht. Man sitzt sozusagen auf seinem, jeweils auf seinem Problemfeld. Das ist, man darf nicht durch die Wiesen gehen, ist alles recht, das ist alles gut. Aber man muss sich darüber hinaus in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist und die die Aufgaben so breit verteilt hat, da muss man sich darüber Gedanken machen, wie man das sichert. Wie schaffe ich es, die Menschen die Natur erleben zu lassen? Und ich möchte da schon sagen, die Landschaft ist ein Produkt, die Landschaft ist ein Produkt der bäuerlichen Bewirtschaftung. Und ich glaube, es ist, ich möchte da jetzt nicht über Regeln durchgehen, ob man durchgehen darf oder nicht, da möchte ich gar nicht drüber reden. Aber die Landschaft ist ein Produkt der Bauern und man muss mit den Bauern dann letztlich auch einen Weg finden, Infrastruktur schaffen zu können. Österreich ist im Bereich des Straßenbaus im Spitzenfeld im Europäischen. Also so viele Straßen wie wir haben kaum europäische Länder. Aber wenn sie nach Spazierwegen, wenn sie nach Wanderwegen fallen, ist das ganz anders. Und im Vorbild haben wir uns so unterhalten, wie ist denn das mit den Wegen in die Berge und auf die Hütten? Die finanzieren wir als Mitglieder eines Alpenvereins oder der Naturfreunde, finanzieren wir mit unseren Beiträgen. Und Freiwillige schaffen die Begehbarkeit, indem sie sicherstellen, dass das alles in Ordnung ist. Und die Zuschüsse der öffentlichen Hand sind gering. Ich würde fast sagen geschehen. Es muss sich die Politik endlich einmal darum kümmern, was Menschen tun können, ohne sich ins Auto setzen zu müssen und weiß Gott wohin zu fahren, um sich in ihrer Nähe zu erholen. Da sind Gespräche notwendig. Da ist guter Wille von allen Seiten notwendig. Also von bäuerlicher Seite. Aber man muss eben auch schauen, Vereinbarungen zu erzielen. Und ich bin schon dafür, dass diejenigen, die die Landschaft pflegen, auch den entsprechenden Beitrag bekommen, wenn Menschen in die Landschaft abgeführt werden. Das geht durch eigene Wiesen, durch eigene Felder und das braucht seinen Geld. Und auf eines möchte ich auch noch hinweisen, wie unglaublich, wie man das vernachlässigt hat, das Bedürfnis nach Bewegung zu Fuß. Die ganzen Flurbereinigungen, die durchgeführt worden sind, ja, die haben eine Vielzahl von Möglichkeiten ersatzlos gestrichen, durch die Landschaft zu kommen, ohne über die Wiese, ohne über einen Acker gehen zu können. Das waren die Reine dazwischen. Ja, ist alles gut, dass große und gut bewirtschaftbare Flächen geschaffen worden sind. Ist notwendig für diejenigen, die es bewirtschaften. Aber man hat völlig vergessen, gleichzeitig ein Netz zu schaffen, dass ich über den Besitz eines Bauern auch drüber komme, als Wanderer, als Spaziergänger. Das ist vergessen worden. Und die Politik ist da jetzt wirklich dringend gefordert, einmal Initiativen zu schaffen und nicht nur Gruppenvorbehalte zu verstärken und zu konfrontieren, sondern etwas zu schaffen, was allen von uns dient. Den Grundbesitzern, die überordnete Verhältnisse vorfinden, den Menschen, die Erholung suchen und nicht mit dem Gesetzeskonflikt kommen wollen. Also das ist eine Riesenherausforderung auch an die Gemeinden. Ja, aber da kann man was sagen. Danke. Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin Nikolaus Steffelbauer ist mein Name. Ich bin Umwelt- und Naturschutzreferent Salzburg. Ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, also ich bin auf der Frischling hier in der Runde und ehrenamtlich tätig. Und von unseren Vereinen Naturfreunden können wir auch sagen, dass hier diese zwei Teile sind. Erstens Menschen zu ermöglichen, Natur zu erleben. Das ist der eine Teil der Ersatzung. Wir sind total schlechter gestellte Menschen. Und der zweite Teil der Ersatzung ist praktisch der Naturschutz. Also diese Natur, die wir auch erleben wollen, auch zu schützen. Und das Thema, das wir heute haben, wie man sich geteiligt miteinander in der Natur verhalten kann, das ist ein altes. Und da kann ich zurückweisen auf zum Beispiel 1909, wo es schon in unserem Naturfreund, dem Magazin, einen Artikel gegeben hat, der verbotene Weg. Und wo auch schon das gleiche Thema war, dass man eben zumindest die Wege doch, die öffentlich waren, für Wanderte offen zu halten. Und das Thema haben wir heute auch wieder. Das sind in der letzten Zeit, ich habe das von unserer Bundesorganisation auch mitbekommen, die Beschwerden, dass Wege gesperrt sind, sich häuften. Wenn das früher ein, zwei im Jahr waren, ist das jetzt so ein, zwei in der Woche. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und da würde ich sagen, dass ein Trend dieser großen Erwundenschaft der Wegefreiheit und der freien Begegbarkeit des Waldes entgegensteht. Also wenn man, wenn man sich ansieht, also es waren schon, es hat schon 1906, 1907 trotz Wanderungen gegeben, also gegen das vorher schon gerecht, dass man, dass man also frei sich bewegen darf in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und dann haben wir das zusammen mit dem alten Verein auch ein Thema. Und wo auch nicht letztlich durch die Initiative der Vereine dieses Wegerecht und diese Freie Begegbarkeit des Waldes zur Erholung dann auch durchgesetzt wurde. Und das ist wirklich nicht lange her, also 1975, das ist in kurzer Zeit eigentlich und das wollen wir nicht wieder beschnitten haben. Und wenn man sich das jetzt denkt, der Freie, also man dürfte sich frei im Wald bewegen, natürlich mit Einschränkungen, den Wald oder wenn dort auch die Wirtschaft bedürft und weiter. Aber man dürfte sich frei bewegen. Das kennt auch jeder Bildsucher, der darf sich frei bewegen, maximal zwei Kilo und rausholen. Und wir sind natürlich dafür, dass man jetzt ein pflegliches Miteinander hat. Das heißt, wir von den Naturfreunden haben schon lange, also 2008 zum Beispiel, auch einen Leitfaden herausgebracht, der frei, wegfrei, damit man sich auskennt, wie man sich behält. Also wir sind schon sehr lange daran und es ist daran gelegen, dass wir unsere Mitglieder aufklären, was ist richtig, was ist weniger gut am Berg, im Wald, in der Natur. Und der Leitspruch ja von Anfang an, also 1896 war Hand in Hand durch Berg und Land. Das heißt, wir sind nicht mehr ein Alpinerverein, sondern wir verstehen uns auch als Naturschutzverein für das Land, also auch die Wiese vor dem Haus. Und Hand in Hand kann man heutzutage so deuten, dass es Hand in Hand mit allen Interessensgruppen in der Gesellschaft sein sollte. Und ja, damit können wir den reigen beginnen. Ich darf vielleicht inzwischen ganz kurz auch noch anmerken, wie Sie sind auf der Söhne als Schweikopf zu uns geschossen. Grüß dich, oder? Hallo, ich muss mich entschuldigen. Wir sind ja heute mit den Goldecker Dialogen gestartet und haben oben technische Probleme gehabt mit der heute Abend stattfindenden Übertragung. Und ich habe es dann ehrlich gesagt kurz verschwitzt, dass ich eigentlich da herunten sitzen hätte sollen. Aber es ist bei dir in den besten Händen. Insofern hoche ich jetzt kurz zu einmal eine Zeit lang. Bitte nur weiter. Es ist ja eigentlich passiert, dass du ein bisschen früher gehst und du viel später kommst. Naja, den Ausgleich habe ich gesucht. Ich wollte gerne noch ergänzend sagen, also diesen Trend zu Wegsperrungen, Absperrungen, flächigen Absperrungen beobachten wir im gleichen Maß. Ich sage immer, es ist ein Flächenbrand. Das wäre oft nicht ernst genommen, aber ich habe schon etliche Beispiele gesammelt und wir kriegen wirklich sehr, sehr viele. Und das, was mir auffällt, ist einerseits ist es verständlich. Also ich kann mir durchaus auch sehr gut im Hut von so manchen Bauern aufsetzen, der einfach leidet. Leidet unter dem, dass Leute kommen. Es kommen jetzt durchaus, glaube ich, auch Leute in die Bergnatur hinaus, die das früher noch nicht für sich entdeckt gehabt haben. Die haben einfach andere Interessen gehabt oder die sind Wander, Schink, Vornervorlag und so weiter. Stimmt sehr wohl. Umgekehrt, wenn man schaut, das Monitoring, das zum Beispiel in Tirol über das Projekt Bergwald Tirol miteinander erleben geführt wird, wo man wirklich genau untersucht, wie mit Besucherzählungen und so weiter. Wie viel mehr ist denn wohnen? Das kann den Nachweis gar nicht mehr bringen. Also das ist nicht so hundertprozentig belegt. Es ist auf alle Fälle gefühlt ist es so, dass es viel mehr Leute sind und das natürlich speziell im Umfeld von Ballungsräumen viel mehr wird. Was ich aber einfach auch beobachtet ist, es gibt eine starke gesellschaftliche Veränderung, die immer mehr eben in einen Egoismus geht, der aber alle Gesellschaftsschichten, egal ob das jetzt irgendwelche der Natur entfremdeten Städter sein oder Wald- und Grundbesitzer betrifft und das ist das, was mir gehört, gehört mir und geht niemand anderen etwas an. Und da sehen wir einfach diesen Begriff des Eigentums, der nicht mehr hinterfragt wird, wie viel Eigentum ist sozial verträglich, das ist nur für mich behalten. Ein Waldbesitzer kann sich bis zu 15.000 Quadratmeter aus Garten abzäunen, als sein Eigentum, wo alle ausschließen kann. Aber kann er darüber hinaus auch wirklich tausende Hektar oder hunderte Hektar aufbauen? Ich glaube eben, da hört sich es irgendwo auf. Und das, was man jetzt eben auch merkt oder was wir stark bemerken, ist, wie sehr diese scheinbar jetzt so schlagenden und in den Medien so stark verbreiteten Argumente vorgeschoben werden, um ganz andere Interessen zu vertreten. Da ist jetzt einmal allen voraus das Kuh-Urteil zu nennen. Klar, ein extrem tragischer Fall für alle erschreckend. Wie gibt es das? Oder da bekommst du so einen Unfall auf der Alpen und dann wird ein Bauer zu Schadenersatzvorteil. Das muss aber die Leute nicht anschauen und was ganz bewusst von Interessenvertretungen nicht dazu gesagt worden ist, ist, wenn man das Urteil genau durchlässt, dann kommt man darauf, das ist sehr gut begründet. Das ist einfach gut. Das ist der Einzelfall zu betrachten. Und in dem Einzelfall ist das keine typische Alben-Situation. Wenn ich 1600 Leute pro Tag an öffentlichen Straßen eine Bushaltestelle und 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 da fahre schon drei Unfälle und zwar mit einem Personenschaden, dann muss ich sagen, da weiß ich, dass es gefährlich ist. Und wenn dann noch etwas passiert, dann ist eh strafrechtlich nichts passiert. Zivilrechtlich hat es geheißen, da gibt es eine Mitverschuldung und deswegen ist es ein Schaden, das zu leisten. Wenn heute ein teures Auto kaputt gemacht wird von einer Kuh, ist es kein Thema. In dem Fall, es ist ein Mensch zu Tode gekommen, das möchte ich jetzt nicht vorhanden lassen. Aber es ist für den Landwirt ein Versicherungsfall gewesen vom wirtschaftlichen her. Und mittlerweile ist es vierfach abgesichert. Dann gibt es eine zweite Frage, die schon über die Argumente, die wir jetzt immer hören, das ist die Baumhaftung. Jetzt hat es das Eschenstern gegeben, das ist gemein, Eschen fallen um, aber auf einmal wird jetzt mit dem Argument, dass man ja da mitten im Wald auch haften würde. Was einfach rechtlich nicht wahr ist. Entweder Riesenschläge eingeschlagen werden, gute Ausrede, dass ich Nutzungen machen konnte, die ich sonst nicht machen könnte. Oder ich muss ihn wegsperren, weil ich kann das Risiko nicht drohen. Der Alpenbrenner hat schon seit Anfang der 80er Jahre diese Waldrandhaftung nach § 176 Postgesetz für den Waldbesitzer mit aufgenommen. Der ist also über unsere Versicherung Rechtsschutz versichert und Haftpflicht versichert. Wir haben noch keinen einzigen Schadensfall gehabt in der Versicherung. Noch keinen einzigen. Aber es ist ein Riesenthema und da müssen wir jetzt Besitzesänderungen und etwas Versicherungsmacht. Entschuldigung, ich frage, muss dazu der Bauer beim Alpenverein sehen oder ist das automatisch? Nein. Automatisch entlang unserer Wege sind die Grundbesitzer für Schäden, die aus diesem Titel behauptet werden, versichert. Also ob das jetzt ist, dass jemand sagt, mir ist ein Arsch auf den Kopf gefallen, der Bauer hätte den Baum wegnehmen müssen. Und schon steht da, er ist zur Abwehr dieser Ansprüche Rechtsschutz versichert. Und falls wirklich rausgekommen würde, er hat da ein Verschulden, dann wird auch der Schadenersatz über unsere Versicherung geleistet. Wir haben aber noch keinen Fall gehabt. Und jetzt kommt mir vor, dass natürlich auch Corona und die ganzen Begleiterscheinungen auch mit der Argument, dass vieles extrem dramatisiert wird. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht da und dort wirklich zu Übernutzungen kommt. Man muss auch sagen, es sind natürlich jetzt zum Teil auch andere Leute draußen, wo es einhergeht mit dem, dass die einfach vielleicht die alpine Kinderstube nicht haben. Die kennen die Sensibilitäten schlechter oder wissen nicht, wie blöd es ist, einen Kurgatter offen zu lassen oder wie schädlich das ist im Wohl hinten zu lassen. Aber es ist, kommt mir oft vor, bei Weitem eigentlich die Suppe nicht so heiß, wie sie da gegessen werden. Aber das ist das Schlimme. Darf ich kurz sagen? Für mich ist das Schlimme. Man erkennt zu viele Problemfelder. Aber man ist nicht in der Leife oder nicht willens, dass man da Lösungen findet, dass man darüber diskutiert, dass man auch zum Beispiel darüber diskutiert, wieso schaut es in Bayern anders aus? Dann darf man im Winter und in der vegetationsarmen oder freien Zeit sozusagen, darf man auch über Wiesen gehen. Bei uns undenkbar. Und man ist bei uns, glaube ich, eher daran interessiert, diese vielen kleinen Konfrontationspunkte aufrechtzuerhalten, als sie zu lösen. Und das ist ein Mangel. Und der wird möglicherweise einmal auf uns alle zurückfallen. Weil wir haben dann diesen gesellschaftlichen Grundkonsens irgendwann nicht mehr. Wir sind eine Gesellschaft, die arbeitsteilig ist. Wir sind eine Gesellschaft, wo A auf Z angewiesen ist. Die Verpflichtungen sind vielfachen. Und darüber müssen wir viel mehr nachdenken, als wir tun. Und uns nicht verweigern und irgendwelche Konfrontationslinien sogar noch verstärken. Indem wir immer wieder das selbe wiederholen. Das wäre verfassungswidrig oder das wäre sonst wie. Ich würde es verpflichten. Ich bin vollkommen recht. Und ich muss sagen, ich sehe es auch so, dass es da wirklich von der Politik oft so ist, dass man eigentlich die Protagonisten, die Interessengruppen allein lässt. Und das ist aber eindeutig, eindeutig eigentlich eine hoheitliche Aufgabe, da ausgleichend zu wirken. Und man kann nicht sagen, die Naturfreunde der Altenvereine sollen das machen, sollen da Konzepte entwickeln. Man kann aber auch nicht sagen, die Landwirtschaftskammer soll das tun. Das ist auch der falsche oder überhaupt der Hauptverband der Land- und Toastbetriebe. Ja, ich finde ja, dass wir, wir brauchen das Rad nicht neu erfunden. Wir Altenvereine, also Naturfreunde, für uns kann ich es mal sagen, wir haben ja auch schon lange unsere Hausaufgaben gemacht und unsere eigenen Mitglieder aufgeklärt. Wir haben zum Beispiel so Boulder gemacht, schon 2013. Wie verhalte ich mich auf der Weide? Welche Diener gibt es auf der Weide? Wie ist das mit dem Hund? Wenn ich einen Hund dabei habe und ich weiß, da ist eine Alm, da muss ich großartig ausweichen und so weiter. Wir haben unsere Hausaufgaben hier schon gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir die anderen ins Brot? Und apropos Brot, wir haben zum Beispiel als Naturfreunde ja auch ein neues Projekt mit dem Bundesforst zusammen und mit der Naturfreunde Internationale und der Naturfreunde Jugend. Wo sozusagen Workshops gemacht werden und wo, ich habe nur so einen Vorabzug dabei. Zum Beispiel, wo halt dein Freund, hat dein Freund die Beine, führe ihn an der Leine oder auch der Müll hat Heimweh, nehme ihn wieder mit. Wir machen unsere Hausaufgaben, was den Naturschutz betrifft und was auch unsere Mitglieder betrifft, wie sie sich verhalten sollten in der Natur, damit möglichst keine Konflikte entstehen und damit die Natur geschützt ist. Jetzt gibt es aber rein aus den unterschiedlichen Nutzungsinteressen Konflikte. Und diese Konflikte sind, also laut Speer, der kurz erwähnt, die Berge miteinander erleben. Also Tirol hat ein sehr, sehr schönes Modell, wo das Land Geld in die Hand nimmt pro Jahr oder zwei Millionen oder so für Beginstete, die diese Konfliktfelder entschärfen, schauen, dass Lösungen aufgezeigt werden. Und vor allem auch, dass mal überhaupt mal ein Monitoren besteht, was passiert denn so im Waldwerk irgendwo, wie viele Touren gehen, wo sind die Wanderer unterwegs. Und sonst ist das emotionell aufgeladen und wir sprechen nicht vom Takt. Und ich finde, das wäre für uns in Salzburg oder österreichweit auch gesessen. Ich glaube schon auch nicht, dass die Vereine ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass die Vereine aufklären, dass die Vereine sagen, wie soll man sich denn benennen. Die Vereine pflegen die Wegnetze und so weiter. Aber da fehlt viel, da fehlt viel. Ja, weil es gibt ja auch andere, die davon profitieren. Die Wirtschaft eines Landes wie Salzburg oder wie Tirol ist ja in hohem Maße vom Fremdenverkehr abhängig. Ja, da muss ich gleich noch einwerfen. Zum Beispiel, wir sind ja, Naturfreunde sind als Ursprung ein Tourismusverein, so wurde der gekundet. Und wir sind eigentlich die größte Vereinsskischule Österreichs. Also die letzten Zahlen sehen, so 50.000 Kinder werden pro Jahr ausgebildet zum Skifahren. Irgendwann wollen die vielleicht dann auch ins Gelände, Schulen fahren. Und wir haben auch genau dieses Spannungsfeld selber im Verein, das du Peter vorher angesprochen hast, dass wir einerseits Nutzer sind oder auch den Fremdenverkehr total viel bringen. Wenn die Jugend nicht mehr Skifahren lernt, wer geht dann noch? Ja, nee. Und dann ist die Frage, wir haben da eigentlich ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und da wäre es gut, wenn Fremdenverkehr als Vereine, wenn Seilbahnenwirtschaft, wenn auch die anderen Nutzer, die Mega, Förster und so weiter, Bauern, wenn wir da an den gemeinsamen Strang ziehen, weil das ist ja unser gemeinsames Land. Und die Frage ist, was tun wir denn? Und wie können wir auch schauen, wie bodenlos sind im Sinne von kein Land besitzen. Du hast den Eigentumsbegriff eingehorten, das wird noch interessant, wenn wir da vielleicht weiter tun, auch später weiter sprechen. Wie ist für die Besitzlosen es möglich, sich in der freien Natur zu bewegen und diese zu genießen und sich zu erholen? Das ist ja eigentlich dann eine gesellschaftsphilosophische Frage auch. Das braucht Lenkung, das braucht Regeln, die über das rausgehen, was wir jetzt haben. Ich meine, da ist ja jeder, wie auch wir, schauen, dass die Menschen sorgsam in der Natur unterwegs sind. Aber wir haben ja das, was Erholung, was Naheholung oder auch Tourismus betrifft. Das hat ja auch so viele andere Aspekte, die wir hier ja gar nicht beachten wollen, aber die wichtig sind. Und wo wir auch die Grundbesitzer brauchen. Wir wollen ja artenreiche Wiesen. Wir wollen, dass auch Biotope weiterhin gepflegt werden, die sozusagen sehr schwer zu bewirtschaften sind, wo man kaum wirtschaftlichen Ertrag hat. Ja, da wird nicht darüber geredet, sozusagen. Das muss ich, wenn ich politisch verantwortlich bin, muss ich diese Aspekte auch mit hineinnehmen. Natur braucht Qualität und Natur braucht Zugänglichkeit für uns Menschen. Und wenn ich das nicht sichere, dann bricht die Gesellschaft wirklich auseinander. Und das wollen wir alle. Ich würde mich da gerne einmal in eure Diskussion einbringen, weil da passieren so viele Dinge, die so wie Schnellzüge aneinander vorbeifahren. Und das ist natürlich ganz fein, wenn man sich auf die Politik ausredet oder auf andere Dinge. Ich darf vier Dinge, die ich gehört habe, einfach nur einmal formulieren. Lenkung und Aufklärung braucht mündige Bürger. Und es gibt von der Zahl, die der Kollege Kappellare getroffen hat, 99,99 Prozent dieser Art. Und wir reden jetzt schon eine ganz schöne Zeit um 0,01 Prozent. Ich zitiere nur mal Kappellare. Wenige Spinner, die es darum geht. Es braucht Lenkung, habe ich gehört, und es braucht eine politische Umsetzung. Wir haben unendlich viele Rechte, habe ich gehört. Und wir haben ganz, ganz viele Dinge, die wunderbar funktionieren. Aber es ist plötzlich die Politik aufgerufen, da andere Themen, andere Gesetze, neue Gesetze zu bringen. Und der Frage, die ehrenwerte Diskussionsrunde, allen Ernstes, für 0,01 Prozent Spinner brauchen wir neue Gesetze. Da bin ich nicht überzeugt davon. Es braucht Einzelstreitverfahren, weil die so viele werden. Diese Verfahren werden nicht publiziert, werden nicht auf die mediale Ebene gehoben. Außer es sind so dramatische Fälle, wie dieses Urteil von der verstorbenen Frau in Tirol. Aber da hört der mündige Bürger Paul Lürzer auch allerhand Lügen über die medialen Ebenen. Und erst heute zum ersten Mal über den Kollegen Kappellare aus dem Tirolerischen, dass sie das ja ganz anders zutragen hat. Also das heißt, die Fragestellung für mich ist, und da bin ich bei der Frau Moser vom letzten Mal, die gesagt hat, wie können wir mehr Wertschätzung generieren, wie können wir mit den Konfliktsituationen, ohne gleich diesen biblischen Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Aspekt herunterzubrechen, wie können wir da wieder etwas, die Emotionen herunterbringen und nicht in Diskussionsebenen heben, die für 0,01 Prozent der Menschen nicht wirklich relevant sind. Das tut mir furchtbar leid, da sind wir, weiß ich nicht, mit Spatzen auf Kanonen zu schießen. Das wäre mein Ansatz, bitte. Also Herr Lürzer, für das Erste habe ich gesagt, 99,9 Prozent gehen hinaus mit dem Wilden, die Natur nicht zu schädigen und nicht Konflikte zu haben. Ich glaube, das habe ich unterstellt und habe nicht, ja, weiß ich nicht, was ich jetzt sage. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendjemand von Gesetzesänderungen oder geforderten Gesetzesänderungen gesprochen hat, sondern vielmehr, dass jetzt Gesetzesänderungen sogar über die Bühne kamen. Kollege, das tut mir furchtbar leid. Herr Kappellare, Kollege Herbst hat mehrfach die Politik aufgefordert, dass die gefordert ist, da etwas zu ändern. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Gesetze ändern muss. Das beste Beispiel ist dieses Bergwelt Tirol miteinander erleben, das heute schon öfter strapaziert worden ist. Es sind dazu, dass da vier Akademiker beim Land beschäftigt sind. Also da nimmt das Land Geld in die Hand für diese Planstellen, die sich als Kümmerer da wirklich um das ganze Projekt, was schon viel mehr als ein Projekt ist, das ist schon in Linie kümmern. Es gibt da in allen Bezirksforstinspektionen über ganz Tirol verteilt, gibt es Regionalberater, das sind ebenfalls Forstakademiker, die dort arbeiten, um regional die Projekte umzusetzen. Das ist also ein Netzwerk des Großes und das ist in der Forstpartie angesiedelt. Und die Idee dazu hat schon der alte Forstdirektor Scheirink gesagt gehabt, der gesagt hat, wir wollen agieren, bevor wir reagieren müssen. Und das ist dieser politische Ansatz, den ich meine. Das ist das, dass man sagt, es braucht Kümmerer, und zwar in der öffentlichen Hand, die sich darum kümmern und die das ernst nehmen, die den Bedarf ernst nehmen, die dann auch den Bedarf oder die Nöte der Grundbesitzer ernst nehmen und die dann Strategien entwickeln, gemeinsame und nicht Feindbildpflege betreiben und auch nicht alle Behandlungen betreiben. Und etwas, was eben auch besonders ist an dem Projekt Bergwalt Tirol miteinander leben, ist das, dass man wirklich objektiviert, wie schaut es denn wirklich aus, was sind denn wirklich für Konflikte, für Probleme da, nämlich objektiviert an echten Zahlen und Beobachtungen. Und dann tut man lokal handeln und nicht pauschal über das ganze Land irgendwelche Sperrbänder spannen oder mit irgendwelchen Symbolen arbeiten. Und das ist das, was gemeint ist. Ein typisches Beispiel für mich, das ist das Thema mit dem Mountainbiken. Deswegen, da geht es nur so, dass man sich versucht, gemeinsam in ein Boot zu setzen, so wie es da zuletzt abläuft, immer noch abläuft. Aber seit jetzt mittlerweile 20 Jahren und die letzten 10 Jahre ganz intensiv, das ist ein Abwehrkampf, der passiert von verschiedenen Seiten und wo man einfach, wo alles einbetoniert ist, nichts weitergeht und wo man sieht nur dort, wo gemeinsam wirklich Konzepte erarbeitet und umgesetzt werden und zwar auf Augenhöhe und bedarfsgerecht, da geht was weiter und da schafft man es. Und das ist halt natürlich auch eine ehrliche, es braucht einen ehrlichen Willen dazu und das braucht auch einen Einsatz und Kümmerer und das kostet etwas. Aber was ich auch dazu sagen muss, im Verhältnis zur Bedeutung, was das Thema hat, für die Volksgesundheit, für die Lebenswertigkeit unseres Bundesgebietes, unserer Bundesländer und so weiter, sind das eigentlich Peanuts. Peanuts im Verhältnis zu dem, was in andere Infrastrukturen, was in andere Bereiche eingeht. Wenn man sieht, was das für eine breite Wirkung hat, dann muss man sagen, ist der Ansatz, der jetzt in Tirol gewählt wird, mit mehreren Leuten auf Personal und zwei Millionen an Fördergeld für die Umsetzung von Maßnahmen, in einem Endeffekt für das Land Tiroler, sehr günstiger, günstiger Investition für einen Riesennutzen. Herr Kappellari, wo sind die Anträge, wo sind die Statistiken, wer kann das machen? Zwar Fragen, die man angehen kann und wenn es Kümmerer sind und wenn es Ehrenamtliche sind, dann sind die nicht minder gut, wie auch politische Würdenträger, aber machen muss man es. Darüber zu diskutieren, ist hochinteressant, hochspannend, aber da trifft man die falschen Leute. Darf ich mich kurz dazuschalten, weil ich gerne auf die zwei letzten Gespräche kurz kommen möchte. Wir haben jetzt den Dieter Stöhr zu Gast gehabt und den Niki Liebenbacher und ich habe beide Male gefragt, wie ist denn die Dimension der Problematik, wie groß ist denn die? Und der Dieter Stöhr hat uns gesagt, sie haben in Tirol auch Erhebungen gemacht und versucht, dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, wie viel ist denn das wirklich? Und herausgekommen, es ist eigentlich relativ marginal im Verhältnis zu dem, was eine aufgeheizte Stimmung angeblich ist. Und ich würde da die Medien nicht daraus entlassen, auch Verantwortung zu tragen. Dafür werden wir das ja gern transportiert, wenn es Gut und Böse gibt. Das macht man immer gern. Das war das eine, dass der Dieter Stöhr gesagt hat, das Problem ist wirklich eines, das sich im kleinen Prozentbereich bewegt, wenn man das irgendwie quantifizieren will. Und dasselbe war beim Niki Liebenbacher, wenn wir gefragt haben, wie viele Fälle hat denn die Landwirtschaftskammer jetzt wirklich ernsthaft zu behandeln gehabt, wo es um zivilrechtliche Klagen oder ähnliche Dinge ging, das war die gleiche Antwort. Es ist relativ wenig. Und ich glaube, ein Punkt kann schon sein, dass wir das ein bisschen relativieren, was da verkehrt läuft und dass wir dazu stehen, dass sehr vieles sehr gut läuft, aber es einen ordentlichen Verbesserungsbedarf gibt. Und bei uns in Salzburg würde ich einmal noch diesen zwei Gesprächen zusammenfassen. Wir müssen sicher auf Landesebene, auf Verwaltungsebene sind wir gefordert, etwas zu tun, was in Tirol schon passiert ist, nämlich bestimmte Beträge und Positionen vielleicht zu schaffen, die sich hier um Konsens bemühen, die schauen, dass man Vereinbarungen trifft, dass man vorankommt. Und ich glaube, ich bin nicht überzeugt, dass wir Gesetzesänderungen dazu brauchen. Das ist eher eine Frage der Kommunikation als der Gesetzgebung. Wir brauchen eine Zielvorstellung. Wir brauchen eine Zielvorstellung. Auch das ist auch diskutiert worden, dass wir so etwas wie einen Zielekatalog brauchen. Und wenn der umgesetzt werden sollte, dann braucht es einige Menschen dazu, die das auch vielleicht hauptberuflich machen, so wie es in Tirol mit diesen Angestellten in den Forstverwaltungen ist oder im Forstbereich auch in der Landesregierung. In diesem Zuge wurden ja auch ein paar Zahlen genannt. Der Dieter Steuer hat ja eine Studie vorgestellt. Ja. Der kurze Punkt von der Sportwissenschaftlichen Fakultät in Innsbruck, die erhoben hat, wie viele Leute sich im Freien und in der Natur eigentlich bewegen, sportlich. Und das sind über zwei Drittel. Das heißt, ich habe da die genauen Zahlen nicht. Die müssen wir nochmal anschauen. Vielleicht linge die ja dann auch von Dieter Steuer. Auf jeden Fall ist es so im Vergleich zu, wie viele Leute in Vereinen gebunden sind, im Sinn von sportlichen Vereinen, wie viele Personen in Freien sich bewegen und in der Natur sich bewegen, ist da ein exorbitanter Unterschied. Und diese Leute, die sich in der Natur und im Freien bewegen, haben praktisch keine Lobby. Das heißt, für die sollte es doch sinnvoll sein, Infrastruktur zu erhalten und das zu befrieden, wenn es Konflikte gibt. Und das wurde noch nie so gesehen. Man sagt, das sind viele Menschen, die sich im Freien bewegen wollen, die Bergsport betreiben, die nur wandern, die nur am Wiesenrand auf einen Weg gehen. Und die sollten wir es auch machen können. Und da kann man auch Geld in die Hand nehmen. Wir brauchen einen niederschwelligen Zugang zur Natur, zur Landschaft, zur Rolung. Und das finde ich sehr wichtig. Und dass man sich einfach darüber einmal Gedanken macht, wie kann man dem das sichern. Ich meine, im Raum ist es ja auch noch einmal, ich sage es fast ein bisschen leichter, als im Vorland, wo ich noch weniger Möglichkeiten habe. Wir wollen, natürlich kann man neben an Güterwegen am Straßenrand entlang gehen. Aber das ist nicht das, was die Menschen brauchen. Und das ist nicht das, was physische und psychische Gesundheit eigentlich erfordert. Wir haben ganz objektive Kriterien. Da braucht man nicht streiten, sondern da müssen wir sich über Ziele unterhalten. Wo wollen wir hin? Was wollen wir sichern? Und wir wollen keine Verlierergruppen. Das dürfen weder die Grundbesitzer sein, noch sonst wer. Sondern das ist eben dieser unglaublich schwierige politische Prozess, der aber begonnen werden muss. Aber ich denke, die Besucherlenkung, die ist notwendig. Wir hören, es sind sehr, sehr viele Leute, die außen sein. Das ist eh keine Frage. Und das ist auch gut, muss man immer wieder betonen. Es ist auch gut, dass die Leute sich in der freien Natur erholen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber die effektivste Besucherlenkung ist die Infrastruktur. Und das muss man sagen, das sind die Bergwege, die vor allem die alpinen Vereine zur Verfügung stehen. Aber wir sehen es auch im Bereich vom Mountainbike. Und wenn ich Konflikte lösen will, dann muss ich Mountainbike-Routen legale anbieten. Und muss unter Umständen jetzt auch Single-Fails oder so etwas schaffen. Vor allem im Umfeld vom urbanen Raum. Weil da hat sich auch einiges verändert. Das ist ganz klar. Und noch ein Wort wollte ich sagen zu dem Kururteil, dass das nie publiziert worden ist, wie das wirklich ist. Also da hat es einen sehr, sehr fundierten Artikel im Falter gegeben. Aber das kann auch jeder nachlesen. Im Bergauf, also im Mitgliedermagazin vom Alpenverein Nummer 3 2019, habe ich mich bemüht, das Ganze darzulegen. Und habe eigentlich, also ich habe mir das Urteil wirklich genau durchgelesen. Und habe das so dargelegt. Und da haben wir dann etliche Almbauern und so weiter recht geben müssen, dass das nicht begründet ist, was da jetzt oft kommuniziert worden ist. Entweder die Viecher müssen daheimbleiben oder der Mensch muss daheimbleiben. Und es wäre notwendig, alle Almen abzusperren, weil sonst ist man in der Haftung. Und wir haben vor dem Kriminal und so weiter. Das ist einfach nicht wahr. Und das ist so, ja, Unfälle werden verursacht oder passieren, wie man es sehen will. Das ist tragisch. Aber man muss es dann genau anschauen, wenn man zuerst laut Schreit, Skandal und Fehlurteil oder sonst steht was. Aber genau, Herr Capellari, das ist ja die Dramaturgie. Ich habe lachen müssen, wenn Sie sagen, das ist in einem Falter drin gestanden und in der dritten Ausgabe vom 47. Plan der Naturfreunde. Und wenn Sie sich die Millionen, Stunden und Seiten der ganzen TV-Sender anhören und die großen Medien dazu anhören als Pendant, dann schnäuzt die Waage aber sowas von ins Ungleichgewicht. Und das ist für mich auch eine spannende, sehr wohl auch politische Diskussion. Wie kann man die Meinungsbildung auch dahingehend lenken und unterstützen? Für mich war das wirklich das erste Mal, dass ich das so gehört habe, wie Sie das gesagt haben. Dass wirklich so auch der mündige Bürger diese Dinge neben dem schreienden Journalismus wahrnehmen kann. Weil ich glaube, dann könnte man auch das eine oder andere erzählen, was auch einen sehr hohen Lenkungswert hätte und wo man dann vielleicht nur weniger streiten bräuchte. Das ist leider auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Only bad news are good news und die Skandale, die hört man lieber beziehungsweise die schreiben unsere Medien einfach viel lieber. Und deswegen, wenn das dann aufgeklärt ist oder so, dann ist es ja eigentlich nicht mehr so heiß und dann tut man sich viel härter, so etwas wieder zurechtzurücken. Und leider muss man jetzt auch dazu sagen, dass derartige schnell außergesagte Aussagen wie von unserem Tobias Moretti, der da Skandal geschrieben hat und der weltfremde Richter, der so ein Fehlurteil fällt und so weiter. Da fängt man immer ein, weil diese Botschaft trifft einfach auf viele, wirklich auch naturentfremdete Leute, die sich auf nichts vorstellen können und die wollen nichts anderes sein. Das ist leider ein Faktum und das ist nicht das dritte Plattel von 37 Stunden Naturfreundes. Es bergauf ist ein Mitgliedermagazin, das doch 800.000 Leute erreicht und das erreicht auch Journalisten und so weiter. Und die hätten durchaus die Möglichkeit, auch objektiv zu berichten. Vor allem war aber mein Ansatz auch die Forderung an die Politik, ob das das Lebensministerium da zumal war oder das Köstinger-Ministerium oder auch der Appell an die Landwirtschaftskammern, bitte gebt objektive Auskunft euren Bauern. Ihr tut es ihnen einen totalen Berndienst, wenn ihr da den Teufel an die Wand malt und etwas behauptet, was einfach nicht wahr und nicht begründet ist. Da wären die Landwirtschaftskammern viel besser dran gewesen, wenn sie ihr Klientel beruhigt hätten und gesagt hätten, du brauchst nicht der Panik haben deswegen. Weil die Empfehlungen, die waren genau der Vorschau entsprechend diesem Urteil juristisch, die die Juristen der Landwirtschaftskammern, den allen Bauern gegeben haben, wie sie umzugehen haben. Um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Bergwelt miteinander erleben. Es hat ja schon vor einem Jahr Gespräche gegeben, auch mit der Landwirtschaftskammer. Und da hat sogar die Landwirtschaftskammer in Salzburg das Thema aufgebracht und gesagt, wir wären dafür, dass dieses Modell auch in Salzburg umgesetzt wird. Jetzt ist leider noch ein direktes Gespräch geführt, aber mir sind E-Mails bekannt, wo es schon vorgeschlagen wurde, was ich sehr sinnvoll finde. Das heißt, wir ziehen da an einem Strang, also die Binnenvereine und die Landwirtschaft auch, dass man sagt, es hat Sinn, dass man da politisch wirklich etwas installiert, wo nicht die Ehrenamtler, die sie übernehmen müssen, die Befriedung, sondern sozusagen der Landesdienst in dem Sinn. Und warum wir das auch sagen, ist, weil wir schon merken, dass eben mehr Wegesperrungen pro Woche eben schon da sind. Früher ein Jahr und jetzt eine Woche. Das ist schon ein Unterschied. Also das würde ich schon sagen, dass wir da ein drängendes Problem haben, wenn wir das Problem darlegen müssen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mit Mountainbike-Vereinen spricht oder schaut, was am Berg los ist, auch mit den neuen Rädern, die elektrisch eingetrieben sind, gibt es halt da jetzt mehrere Nutzergruppen noch dazu. Und in dem Winter auch mehr Skitourengeher, wo es zumindest die Verkaufszahlen, die der Handel veröffentlicht hat, nahelegen lässt. Und zwar, wenn man wieder den Dieter Stöhrer zitiert, eher im Hotspot, also nicht überall, sondern bei bekannten Touren, vor allem auch bei Pistentouren. Und dann auch im Zentralraum, wo halt viele Leute leben. Bei uns wäre es halt in der Nähe von Salzburg oder sonst halt in der Nähe von Innsbruck oder halt ein paar Täler, die dann sehr bekannt sind, wo man mal kurz hinkommt. Und ja, weil wir aber als Thema haben, auch den Umweltschutz, der Naturgemeinde mal leben, wäre es mir ein Anliegen, ein bisschen umzuschwenken noch auf das Thema, wie komme ich denn zum Berg? Und zum Berg möchte ich kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da gibt es seit 2008 bei den Naturfreunden eine Initiative, umsteigen, vor allem aufsteigen, dass man also wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Berg kommt. Und das ist leider auch, also man möchte auch ein Appell an die Politik geben, nicht einfach. Also wenn man zum Berg irgendwo kommen will und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, dann hat man richtig lange Zeiten, die so oft nicht machbar sind. Und wenn man aber mit dem Auto fährt, dann hat man das Problem der Parkplätze dann durch und dann hat man schon wieder den ersten Konflikt mit den Grundbesitzern an Ordnungsstelle, wenn die Parkplätze nicht reichen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach, wie komme ich denn zum Berg oder wie komme ich zur Natur? Und das Schönste ist natürlich, wie wir jetzt sehen, haben wir in Corona-Zeiten, wenn man rausgeht und die gleiche Formel der Haustür hat und das ist so. Oder zumindest mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist halt leider nicht einfach. Also das ist ja ein ziemlich breites Feld, das da rundherum zu bestellen wäre. Und das geht nur in Gesprächen, das geht nur im Miteinander und das geht nicht im Gegeneinander. Und wir müssen das Miteinander fördern und das ist auch mein Appell sozusagen an die, ganz allgemein gesagt an die Politik, dass man nicht die Gegensätze betont, sondern dass man das Notwendige betont, was man braucht, um das zu bekommen, was allen Menschen in diesem Lande dient. Und sich in der Natur erholen zu können, der Stepper unten im Keller ist ein schlechter Ersatz für das, was wir verlieren, wenn wir die Begehbarkeit der Landschaft nicht mehr sicherstellen. Und da ist viel Investition und da ist auch viel Gespräch notwendig und ein Wille. Und an den möchte ich auch beheben. Ich darf ich da beim Film kurz anschließen, weil das habe ich schon mehrere Gespräche erklärt, dass man da schon die Schmerzen so voll hat, weil jahrelang, jahrzehntelang Auseinandersetzungen immer wieder, dass die überhaupt nicht bereit sind und sagen, nein, lasst mich nicht, denn ich will immer diskutieren, ob da jetzt irgendetwas fällt kommt oder ich verlegte Wanderwege jetzt an meine Grundstücksgrenze. Das ist ja das, was, glaube ich, erlaubt ist. Und dadurch attraktive, aber auch unattraktive Wanderlinien und Führungen entstehen. Wie kann man solche Menschen, weil die an solchen Scheitern manchmal, dass der ganze Weg eigentlich dann nicht weggehen kann von Ort. Und nur ein Zusatz, also manchmal, so im Umkreis von Salzburg, wo man auch gerne diese Netzbetten macht, sagt, ja gut, mit Geld kannst du manche bewegen. Also mit Abdeutungen kannst du manche bewegen. Aber wenn jetzt Kierke oder Neuer-Mellenhof, das ist da genannt worden, in Elsbäcken, da brauche ich nicht Geld mitgekommen. Manchmal habe ich aber auch den Eindruck, es scheitert, oder es würde die Lösung ein paar Wenden kriegen. Aber was macht man mit Menschen, die sozusagen mittlerweile schon so groß gehört sind, vom Neudernachstreit, oder die das einfach nicht brauchen und nicht wollen? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also, eins muss ich sagen, die Wege, die die alpinen Vereine haben, also die mehr als Alpenvereine haben, sind 26.000 Kilometer Bergwege in Österreich. Die sind allesamt schon seit weit mehr als 30 beziehungsweise 40 Jahren vom Verein getreut. Und da haben wir überall ersessene Wegerechte. Das ist einfach so, das ist im allgemeinen Bürgerlögen-Gesetzbuch seit über 200 Jahren so geregelt. Und das hat seine Sinnhaftigkeit, seine Richtigkeit. Und eins ist klar, diese Wege, die können nicht einfach verlegt werden und die lassen wir uns auch nicht einfach so sperren. Bei allem Verständnis mit so manchen frustrierten Bauern und so weiter, muss man sagen, wir müssen andere Lösungen finden. Wir müssen schauen, was wir tun können, damit wir auch Probleme vermeiden. Aber diese Wegerechte, die geben wir nicht auf. Weil wenn wir die einmal aufgeben, dann sind sie weg, die kriegen wir nie mehr, die haben wir nie mehr. Und auch Gemeinden sind schlecht beraten, wenn sie aufgrund von irgendwelchen Allianzen in den eigenen Reiden solche Wegerechte aufgeben. Das ist nämlich wirklich Gemeindevermögen und das kann man so nicht machen. Und ich kann einen Weg nicht einfach so, ich kann natürlich kleinräumen, ich kann ihn verlegen und das tun wir auch in Rücksicht auf die Natur oder in Rücksicht auf die Grundbesitzerinteressen, jetzt rund um ein Gehöft herum. Das ändert auch nichts am ersessenen Status. Aber wenn es dann weiter großflächiger ist, dann geht es nur mehr, wenn die neue Wegdrasse auch mit einem Wegerecht im Grundbuch eingetragen wird und das will niemand so gern. Aber wir haben jetzt auch schon einzelne Fälle, wo wir sehen, solche Wegsperrungen, die sind nie und nimmer zu begründen mit dem Weidevieh. Wenn ich da ans Kommeltal denke, da in Rauwis, das hat nichts damit zu tun, wenn einer 1000 Hektar Eigenjagd absperrt. Und da wissen wir, das ist nicht das arme Beierle, der schon schlimmer leben kann, sondern da geht es um knallharte Jagdinteressen und nicht um irgendwelche Haftungsfragen. Da muss man sich dagegen wehren und auch bei anderen, man muss sich wehren, weil es einfach auch um die Beispielwirkung geht, wenn das zunimmt oder wenn das Schule macht. Was für mich ein typisches Beispiel ist, wo man etwas tun kann, fast alle diese Kuhattacken, die es gegeben hat. Die Unfälle mit Weidevieh sind fast immer in Verbindung mit Hunden. Und da muss man einerseits auf die Hundehalter eingehen und die mal wirklich informieren, wie gehe ich richtig um. Da sind einfach viele dabei, die das auch nicht so lange haben und die meinen noch, sie müssen ihren Hund schützen vor der Kuh oder sie könnten das, was naiv ist und was natürlich zu Unfällen führt. Und andererseits kann man da schon sagen, ich kann viele Hundehalter sagen, ich will ja gar nicht über eine Mutterkuhweide gehen, aber wer sagt mir das? Und wenn ich dann schon auf der Tour vom Berg runter da hinkomme, dann kann ich nicht mehr umtreten oder wenn ich irgendwo hin will, dann will ich nicht mehr. Deswegen muss man die frühzeitig informieren. Und da haben wir auch schon vor mittlerweile vier Jahren das Angebot gemacht, wir stellen die Mutterkuhweiden über die GIS-Systeme so dar, dass sie in allen Toureninformationssystemen auch als Layer abrufbar sind. Dann kann man sagen, lieber Hundehalter, du bist eigenverantwortlich, Meide, diese Mutterkuhweiden sucht ja da einen anderen Weg und das kann man kostenlos anbieten. Haben wir auch gemeinsam mit Dieter Steuerland Tirol angeboten. Wir haben jetzt vier Jahre lang um die Daten gekämpft. Die sind alle da, die sind alle in der Förderdatenbank da. Jetzt gibt es den ersten Ansatz vom Ministerium und mal versuchsweise haben wir einen Datensatz gekriegt, damit wir das aufarbeiten. Das ist aber etwas, was sofort geschehen ist und da, wenn man will, da kann ich sofort eine Lösung. Und damit habe ich das Mutterkuh- und Wandererproblem schon weitestgehend entschärft, weil ich einfach da für die Hunde etwas tun kann. Und dann kann ich sagen, da kann ich Eigenverantwortung einfordern bei den Hundehaltern. Wenn ich sie nicht informiere, kann ich das nicht. Also diese Daten waren schon jetzt kriegen, oder? Die ist ja grundsätzlich da. Die Daten sind alle, also über die, da gibt es ja die Behördungs- und die Prämien, die Altungsprämie und das wird alles über die Arme abgewickelt. Und alle diese Daten sind ja gießmäßig perfekt aufbereitet da. Und wenn sie auch aus dem Vorjahr sind, ist das auch kein Problem, weil so weit ändert es sich nicht. Und wir wissen, ungefähr 25 Prozent der Almen mittlerweile sind mit Mutterkuhn bestoßen. Und ich weiß einfach, viele Hundehalter, die sagen, ja sagen wir, wo, nachher wähle ich meine Tourenzielle, oder nachher wähle ich meinen Weg. Ja, ich denke auch, jeder Berggeher hat ja normalerweise eine Vorbereitung, dass er sagt, ich habe eine Tourenvorbereitung am Vortag zumindest. Ich muss mir das Wetter anschauen, ich muss mir das Wetter anrufen und den Hüttenmarkt fragen, oder wie wird es da. Und da kann ich auch gleich ins Tourenportal, in so eine Naturfreunde schauen, oder in den Altenverein, wo immer. Und da hast du dann vielleicht auch diese Daten abgehoben, wenn man da zusammenspielt. Ich glaube euch das einfach nicht. Das klingt alles wunderschön und hoch, toll und fantastisch. Ich gehe tagelang im Seefeld auf die Almen momentan wandern. Und das, was mir jeden Tag passiert, sind fünf bis sechs Hundehalter, die ihren Hund auf Wanderwegen, auf Forstwegen einfach rennen lassen, im Wald reinhupfen lassen. Und bitte, ich wünsche es für uns alle, dass dieses System alle Lücken füllt. Allein mir fehlt der praxiserprobte Glaube, weil es gibt 0,01 Prozent, wie Sie am Eingang gesagt haben, Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten. Und wenn er in der Stadt, weil er voll spackt, einen Strafzettel kriegt, ist ihm das beim Bauern wurscht, weil er weiß nicht, der klingt ja eh nicht. Und da muss man was, nur einmal, ich mag auf die Frau Moser noch einmal zurückklangen, vom letzten Mal, was sie gesagt hat, man muss auf dieses Wertschätzende umgehen, miteinander wieder hinkommen. Und wenn die Bauern spinnen und fuchsteifisch wild sind, dann muss wer hergehen und muss den Bauern auch bei dieser Emotion nehmen und sagen, was ist denn da einmal passiert und was können wir auch miteinander tun, damit das von den paar wenigen eingehalten werden kann. Und was passiert in der Praxis, genau das Gegenteil, wird eigentlich noch von Interessenvertretungen feier ins Öl geschüttet und aufgestillt. Das ist das, was passiert leider. Welche Interessenvertretungen, Herr Capillari? Allen voran leider die Landwirtschaftskammer, die Landeslandwirtschaftskammer. Dann muss man mit den Leuten von der Landwirtschaftskammer reden, dann denke ich, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, auch mit den Landwirtschaftskammern, dass wir uns da einmal zusammenhuckern und mit denen auch einmal ähnere Sichtweisen einfordern. Nur über Menschen zu schimpfen, die nicht da sind, das bringt gar nichts, Herr Capillari, das ist die falsche Botschaft für Konfliktmanagement. Ich schimpfe nicht über Leute, die nicht da sind, sondern ich sage, wo ich die Probleme sehe, speziell jetzt da bei den Bauern. Und wenn sie sagen, da muss man kalmieren, dann gebe ich ihnen hundertprozentig recht. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Genauso wie das dritte Mal die 99,9 Prozent, habe ich auf das bezogen, sind Leute, die eigentlich naturverträglich und konfliktfrei gehen wollen. Das können auch Hundebesitzer sein, die ihren Hund rumlaufen lassen, aber es einfach nicht wissen. Aber sie wollen eigentlich, die gehen nicht aus, um jemandem wehzutun, sondern die sind vielleicht falsch informiert oder eben nicht informiert. Nein, das hilft ja nichts, wenn Sie diese Klientel jetzt schönreden. Ich bleibe dabei, das ist nicht der Hundebesitzer, sondern es sind Gott sei Dank ganz wenige Ausnahmen, aber die halten sich an nichts und denen ist alles wurscht. Und das weiß ich nicht, ob die irgendwelche Dinge in Kauf nehmen. Das kann ich nicht sagen, ich kann in niemand anderen hineinblicken. Aber das muss man schon sauber voneinander trennen und nicht alles in einen Haufen schmeißen. Entschuldigung. Ja, ich würde mal sagen, das Erste ist immer eine wichtige Information. Und Information haben wir jetzt gerade mal angeboten, wo man sagt, man kann das einspeisen und mal Informationen geben. Und natürlich ist dann das nächste Jahr eine Aufklärung in jeder Gruppe der Interessen. Das muss man auch zugeben, wir werden nie alle Menschen erwischen. Es gibt immer noch Leute, die besoffen mit dem Auto fahren. Es gibt immer noch Leute, die die Steuer hinterziehen und so weiter. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Aber wir müssen uns an Interesse der Allgemeinheit orientieren. Und wir werden die nie in den Griff kriegen. Wir können nur das Verbot aussprechen, in die Natur rauszugehen. Und da werden diese 10 oder dieses Prozent wir dann trotzdem... Und ich denke mal über die Aufklärung und über dieses Campaigning, das man da macht, ist doch auch einfach die Bemühung da, einen Verhaltenskodex zu erwirken. Und den braucht es. Das ist so, wie die Kinder, die Eltern erziehen, so schauen auch die Tourengeher aufeinander. Und wenn heute ausgemacht ist, so geht man da konfliktreich und so umgehe ich ein Gebiet, damit ich die Wirkhändl am wenigsten störe, dann werden es irgendwann die Tourengeher sein, die anderen Tourengeher und sagen, hey, weißt du nicht, dass du da unser Abkommen störst. Und das Gleiche sehe ich bei dem Thema Mountainbikes. Natürlich gibt es da welche, die rücksichtsloser sind und gibt es da Konflikte. Aber es wäre naiv zu glauben, über Verbotstafeln und Strafantragen haltet man das auf. Oder macht man da was besser? Was auf jeden Fall sehr schön ist, was du erwähnt hast, Peter, ist, dass es die Möglichkeit gibt der Information. Dass ich weiß, wo muss ich ausweichen, wenn ich mit einem Hund gehe. Und was ich für Regeln eigentlich habe, wenn ich mit einem Hund gehe, das haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Aber es ist immer schön, dass man sagt, wir haben die Informationen, man kann die weitergeben. Und das ist immer ein erster Schritt, das nächste wäre Aufklärung, auf einander zugehen, eben die verschiedenen Interessensgruppen. Das macht man ja eh. Wir aus Alpenvereinen, wir gehen ja auch zu den anderen Interessensgruppen umschauen, um ein Gespräch. Und auf jeden Fall wollen wir gemeinsam mit allen Interessensgruppen auch schauen, dass wir sagen, in der Politik wollen wir auch so ein Modell wie der Geld miteinander erleben, wie die Oben. Und da glaube ich, da sind wir uns einig, aber jetzt nicht alle an einem Tisch sitzen, sondern jetzt mal nur wir alle treiben. Ich möchte, weil wir jetzt zum Ende zu, ich finde das eine tolle Initiative, die Sie da gestartet haben. Und vielleicht ist es möglich, mit einer Gemeinde, mit einer Modellgemeinde mal ins Gespräch zu kommen und einmal zu sagen, ja, entwickeln wir dort Ziele. Weil das muss ja im Kleinen beginnen letztlich. Ja, und da könnte man, da hat man auch die Übersicht, mit wem muss ich da spezieller reden. Also das fände ich sehr spannend. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass was wir, was da in der Stadt Salzburg geschehen ist, wo die Stadt wirklich wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen hat, um das zu kanalisieren. Ja, es ist uns leider das mit der Mountainbike-Spräche ja nicht gelungen, das ist immer wieder gescheitert, immer wieder an anderen Gründen. Aber das ist doch ein Beispiel davon, wie erfolgreich das ist. Und man muss reden. Und ich war da selber lang genug, sozusagen derjenige, der da mit Grundbesitzung und so weiter behandeln muss. Das Reden geht. Man muss sich Zeit nehmen, man muss sich Mühe nehmen, man muss Perspektiven geben. Und man muss auch die Mühe abgelten, die der hat, der die Landschaft dann zu pflegen hat, der dann entlang der Wege den Schmutz einsammeln muss. Weil das ist einfach notwendig. Und da muss man als Gesellschaft, muss man sagen, das kostet auch was. Und die Leistung, in die Natur zu gehen, ist eine Leistung, die von den Grundbesitzern tatsächlich auch gemacht wird. Und die auch in dieser Diskussion einmal den entsprechenden Stellenwert und in der Abgeltung auch ein entsprechendes Finanzpolster braucht. Ja, wenn man schaut, Salzburg-Land-Werbung, wie die wirkt mit Bergwanderinnen oder Bergwandern und mit schönen Wegen, schönen Bergen. Und sagen wir mal, die Alpinenvereine und auch die Tourismusvereine der Gemeinden, die pflegen diese Wege. Und die Grundbesitzer stellen auch ihren Teil zur Verfügung. Also wäre es wichtig, wenn wir da alle zusammenspiegeln, damit wir das gut erhalten, dass die Wege breiter halten bleibt, dass die Wege, wie sie sind, auch weiter begehbar sind und auch die anderen Nutzergruppen zu finden. Wenn mir noch ein Abschlussstatement erlaubt ist, ich möchte sagen, der Alpenverein, kann für den österreichischen Alpenverein sprechen, aber ich glaube auch für den Salzburg. Claudia Wolff ist ja dabei, die wird man sofort widersprechen, wenn ich etwas Falsches sage. Aber der Alpenverein stellt sich einfach zur Verfügung, um da sein Know-how, was das Thema Besucherlenkung betrifft, einzubringen, um mitzuarbeiten, um lokale Lösungen, die fair und auf Augenhöhe verhandelt werden und nach objektiven Kriterien dargestellt werden, umzusetzen. Wir tun da gerne mit. Die Sache ist immer, man muss schauen, dass man es leisten kann. Also wenn man einfach so über die Fläche drüber, da gibt es halt gewisse Vorbehalte. Aber wir sind in jedem Fall dabei und haben einfach das große Interesse, wirklich auch mit unseren Lebensraumpartnern. Und das sind die Grundbesitzer, das sind die Bauern, die wir sehr schätzen, vor allem die Almen. Die geben uns einfach eine totale Bereicherung beim Bergerlebnis, beim Wandererlebnis, bei der Altenvielfalt und so weiter, dass man da in einem Schulterschluss zusammen Themen bearbeitet und behandelt und sich miteinander an der schönen Landschaft freit und da einen Nutzen hat. Weil das muss man schon auch sagen, ist ja durchaus so, dass die Bauern sehr wohl vom Tourismus und von den Städten, die dann begeistert sind von ihren Produkten und so weiter, leben und profitieren. Und das muss einfach unser Ziel sein. Also nicht das Gegeneinander und nicht das Verteidigen von Interessen, sondern das Suchen gemeinsamer Wege. Und das möchte ich gerne anbieten oder möchte ich gerne sagen, dazu verpflichten wir uns und sind wir bereit. Dann haben wir in Karlsruhe die Plattform für Antworten gegründet, wo wir auch das bündeln und wo wir eben gemeinsam an diesem Ziel ja auch arbeiten wollen. Und das ist ein lohnendes Ziel. Und wie gesagt, das dient, das muss der ganzen Gesellschaft dienen. Das darf keine Gruppen haben, die draußen bleiben. Und auch der Natur. Und der Natur, ja. Und das erfordert dann halt die entsprechende Sorgfalt bei der Lenkung und bei der Gange. Okay, es sind eh schon einiges drüber. Danke für die Schlussrunde, der Verschaffst du bezeichnen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir am 30.06. nochmal eine größere Diskussion haben, wo wir froh sind, wenn wir sich wieder einbringen, auch von denen die wir schon dabei waren. Ich habe den Eintrag, dass ich nach jeder Veranstaltung ein bisschen mehr Diskurs auf Erfolg ständig an Lösungsmöglichkeiten, denn das gibt auf lokalen, aber auch Landesebene. Manchmal ist wieder Wohlsicht. Das wird ziemlich, sagen wir natürlich, viel überzusehen. Für uns ganz spannend. Aber für heute bedankene auch fürs Kommen beim Nikolaus Steffel-Fahrer von den Naturtragenden, den Fritjärs von Naturschutzbund und Peter Cappellari, der im Weitersland gereist ist von den alten Verwaldenvereinen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Abend. Und vielleicht sehen wir uns alles wieder.